Wir besteigen heute gleich zwei Gipfel, den Piz Lennart und das Lenzerhorn daneben. Zwischen den beiden Gipfeln liegt ein Verbindungsgrad, den wir überqueren wollen. Von Lenzer aus steigen wir zu den Hütten von Propisi Saurar hinauf. Hier steht der letzte Brunnen auf unserem ganzen Weg. Ab jetzt beginnt ein langer Aufstieg zum Piz Lennart. Auf Pfadspuren durch den Arvenwald kommen wir zu den einsamen Grashängen unter dem Gipfel. Über der Baumgrenze steigen wir dann weglos immer weiter hoch. Von Propisi Saurar sind es fast 1000 Höhenmeter bis zum Gipfel, zusätzlich zu den 500 Höhenmetern von Lenz hinauf. Wir kommen am Ende ziemlich verschwitzt auf dem Piz Lennart an. Sofort beginnt die Suche nach dem Gipfelbuch. Unser erster Eintrag von 2017 ist immer noch da. Von hieraus haben wir eine herrliche Aussicht auf die ganze Region. Auf der anderen Seite sehen wir das nächste Ziel, das Lenzerhorn. Davor liegt der Verbindungsgrad, den wir jetzt überqueren wollen. Von hier sieht der hintere Teil eher ungemütlich aus. Mit etwas mulmigen Gefühlen machen wir uns auf den Weg. Schon auf dem ersten, einfachen Abschnitt müssen wir vorsichtig sein. Die Gratkante ist brüchig und auf dem losen Geröll kommen wir schnell ins Rutschen. Langsam arbeiten wir uns zu einer Gruppe von beeindruckenden Türmen vor. Wir müssen diese bizarren Felsen aber zum Glück nicht überklettern. Wir umgehen sie dicht an ihrer Seite im steilen Geröll. Jetzt kommen wir langsam zu den Gipfelfelsen vom Lenzerhorn. Das Gelände wird hier immer abschüssiger und heikler. Unter unseren Füssen sehen wir die riesigen Schluchten der Bova Gronda. Meter für Meter geht es weiter. Wir konzentrieren uns sehr darauf, im Steilhang nicht auszurutschen. Hinter einer Felskante sehen wir endlich das rettende Ufer. Die blau-weisse Markierung vom offiziellen Bergweg. Von hier sind es nur noch wenige Minuten bis zum Gipfelkreuz. Oben sind wir ziemlich erleichtert und auch erschöpft. Auch hier ist unser letzter Besuch im Gipfelbuch noch nicht vergessen. Als nächstes machen wir uns auf den Abstieg zur Alp Sanerspans. Wir kennen den markierten Weg schon und sind jetzt viel entspannter. Noch einmal schauen wir auf das Lenzerhorn und den Pizlinart zurück. Eine Abkürzung über die Geröllhänge bringt uns etwas schneller ins Tart. Bei der Alp Sanerspans ist endlich wieder Wasser in Sicht. Auf der Terrasse der Alphütte können wir dann richtig entspannen. Es war eine ziemlich anstrengende Wanderung für uns. Wir sind aber froh, dass wir unser Abenteuer über den Grat tatsächlich geschafft haben. Wir sind froh, dass wir unsere Abenteuerung haben. Vielen Dank.